Ja, es gibt in Deutschland tatsächlich mehr Tiere als Tauben, Bienen und Hasen. Heute geht es um eines der exotischsten Tiere, die man in deutschen Wäldern antreffen kann. Nämlich eine Giftschlange, und zwar die Kreuzotter. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diese drei Herren hier, die stürzen sich heute in ein Abenteuer der besonderen Art. Wir sind hier in Deutschland, ungefähr Mitte Deutschland, im hessischen Bereich. Und wir werden heute Giftschlangen suchen. Der Kollege neben mir, der ist dem Kanal ja nicht unbekannt. Das ist der Strophorus Tennicaudra, wie man schön erkennen kann, ein männliches Tier. Das ist der Olli. Hallo. Unser Terrarien-Experte. Immer gut, dich da zu haben, denn es wird viel um Reptilien gehen. Wir sind in der Wildnis unterwegs, und zwar in einem besonderen Ort. Da kommen wir zum nächsten Kollegen. Das ist der Timo. Und der Timo, der hat ein Grundstück. Das ist schon eine einzigartige Geschichte in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja, ich bin im Artenschutz aktiv für die Kreuzotter hier in Osthessen. Die ist also akut vom Aussterben bedroht. Und in meiner ehrenamtlichen Zeit mache ich sehr viel für die Art. Und das schauen wir uns heute mal an. Bevor es zu Timos Privatgrundstück ging, sind wir erstmal in einen Waldteil gefahren, in dem Timo verschiedene Plätze für Schlangen geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine lebendige Schlange in Deutschland in freier Wildbahn gesehen. Gefürchtet, muss ich sagen, habe ich mich aber eher vor Zecken. Guter Zeckenschutz. Seid ihr auch mal hier? Ja, ja, ich bin eh so ein richtiger Zeckenstück seit. Timo, wie oft hast du Zecken? Also eigentlich so alle zwei Jahre vielleicht mal einiger Glück. Ja. Ich hätte gedacht, so viermal am Tag. Die Drecksäcke. Angeblich hat jedes Tier seine Berechtigung. Aber da möchte man zweifeln. So, Stopp Nummer 1 ist jetzt also ein kleiner Tümpel, sagst du. Ja, also die haben hier mal eine Teilrodung gemacht. Das ist ja auch hier für das Lichtraumprofil. Und da haben die so Kleingewässer mit angelegt. Teilrodung heißt quasi, dass einmal Licht runterkommt, dass sich alle Tiere aufwärmen können. So, was kann man jetzt in so einem Tümpel finden? Kaulquappen von der Erdkröte. Hier, ist alles drin. Ah, ja, 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 ja. Und wenn man ein bisschen länger stehen bleibt, sieht man auch die Bergmolch. Die sind eigentlich in jeder Pfütze hier drin. Und die Ringel hat er war jetzt da drüben. Also hier hast du schon einige Schlangen auch antreffen können. Eine bis jetzt. Das ist erst zwei Jahre alt und das ist jetzt schon angenommen worden. Ja, okay. Also das ist ja auch wichtig. Haben Ringelnatter einen speziellen Wasserbezug immer oder? Also es gibt ja rein aquatische, wie jetzt die Würfelnatter. Die ist mehr ans Wasser gebunden, weil die halt aktiv auf Fische jagt. Die Ringelnatter auch, Mermolche, Amphibien und die Larven davon. Aber hat nicht so diesen Bezug, diesen permanenten zum Wasser, wie jetzt die Würfelnatter. Kann man auch irgendwo unter dem Totholz antreffen. Okay, okay. Und auch auf Wiesen. So, also auch das ist quasi ein künstlich angelegtes Gewässer, mehr oder weniger. Ja, einfach um den Atemschutz gewährleisten zu können. Genau, richtig. Das ist meistens bei diesen Abwasserrohren. Und dann wird das gezielt aufgefangen, wird hier gesammelt. Und da haben viele Arten was davon. Das heißt jetzt das Wild an sich, dass es Wasser aufnehmen kann. Dann natürlich die Amphibien, Libellenlarven. Wir haben hier auf jeden Fall Kaulquappen von der Erdkröte. Wir haben Bergmolche, Teichmolche, Fadenmolche stellenweise. Grasfroos schleicht hier ab. Ja, und eine Ringelnatter wird sich auch mal dazu gesellen. Jawohl. Und eine eine oder andere Kaulquappe. Und jetzt geht es quasi einmal zu den Kreuzortanen. Die haben bestimmte Territorien oder wie kann man sich das bei denen vorstellen? Das war hier früher ein kompletter Hochwald. Bestand aus Rotfichte. Und 2007 hat hier Kyrill, also der Sturm, damals reingefahren. Und da haben wir halt gesagt, vom Artenschutz aus, wir kommen das halt immer offen. Wir pflegen das nach. Also Sukzessionsstatus runtersetzen. Also das heißt auch mal Brombeerhecken entfernen. Junger Fuchs, wie hier Birke und Fichte entnehmen. Ja. Totholz aufsetzen. Sandsteinhaufen anlegen. Dann natürlich auch Gewässer, weil die mag es ja ein bisschen feuchter vom Klima her. Ja, und dann haben wir hier unten zwei Schneisen auch. Also das sind quasi Schneisen, um einfach Lichtflächen auch zu erzeugen. Genau, ja. Lichtraumprofil. Also das ist hier die sogenannte Waldinnenraumgestaltung. Bedeutet, was für Tiere haben da einen Vorteil? Viele. Allein die ganze Insektenvielfalt. Dukadenfalde, eine sehr seltene Art, hat hier ein Auskommen mittlerweile. Die ganzen Spechte sind da. Waldameise braucht Licht. Viele Arten. Es wird ja immer so debattiert, wir brauchen diesen Urwald. Aber dann hat vielleicht die Fledermaus was davon. Aber viele Lichtgestalten, sag ich mal, wie jetzt die Kreuzotter profitiert halt von solchen Waldinnenraumgestaltung. Also stufiger Waldrand, Krautschicht hat man hier kaum mehr. So, wir machen uns jetzt auf die Suche nach den ersten Reptilien. Ich werde euch dafür mal ein Tele auf die Kamera packen und hoffe, dass wir da erfündigt werden. Das wird jetzt interessant, weil es kann ganz schnell gehen. Also hier haben wir zum Beispiel ein von uns angelegtes künstliches Winterquartier. Das ist ein Aushub von knapp zwei Meter Tiefe. Und eine Drainageschicht, dass das Wasser abläuft. Und oben Sandsteine, Totholz, damit die Frost sicher überwintern können, die Kreuze dann. Oder andere Reptilien nochmal. Ah ja, okay. Das hier ist jetzt also so eine Matte. Das ist genauer genommen ein ehemaliges Kanseldach. Und aufgrund dieser Wellenform kommt unten genug Luft runter, damit es auch nicht zu warm. Und das wird gern angenommen von den Reptilien. Ich habe das auch beschwert. Zum einen, damit mir die Wildschweine nicht rangehen. Oder ob hier jemand anders guckt, der hier nicht gucken soll. Ich verstehe. Sehr gut. Wir haben noch mehrere, wenn wir heute nichts finden. Bei der hier. Nein, nein. Hier ist nichts. Man muss ja mal genauer gucken, weil oftmals guckt nur so eine Schlinge raus unter dem Altgras. Und dann übersieht man sie manchmal. Ach, es gibt mehrere Giftschlangen in Deutschland. Ja, es gibt hier noch, aber kaum nennenswert. Im Schwarzwald gibt es noch eine kleine Population. Von Aspes? Die Aspesfieber, ja. Die zweite Giftschlange in Deutschland. Aber wie gesagt, kaum nennenswerten Bestände, leider. Da wird auch viel für getan, um die zu erhalten. Könnte so ein Tier den Menschen auch gefährlich werden? Also gerade, wenn man jetzt mit kurzen Hosen unterwegs ist? Ja, also ich sage mal, die haut eigentlich bei Störung ab. Dumm wird es dann, wenn man drauf tritt oder so fängt. Aber wenn man sich nicht auskennt, stellt man ja keinen Schlangen nach. Also normal ist da jetzt keine Gefährdung. Man kann es nicht ausschließen. Okay. Sehr unwahrscheinlich, ja. Aber ist schon eine Giftschlange, die auch in Deutschland wirklich Schmerzen verursachen könnte? Ja, also wir haben jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg nur noch, glaube ich, zwei oder drei Todesfälle. Es waren meistens ältere Personen mit Vorerkrankungen. Also es ist eigentlich nicht nennenswert, wenn man es jetzt mit Bienenstiche vergleicht, wo wir mehrere hundert Tote haben, auch aufgrund Allergien. Wir sind hier über die Kreiskrankenhäuser auch gut ausgerüstet mit Zähren. Weil man darf es sich ja nicht selber geben. Man muss erst mal in Behandlung gehen. Meistens reicht das, wird das ausgestanden ein, zwei Tagen dann. Also anders als in Australien. Du hast jetzt keine Gegengiftampullen dabei, falls jetzt auch im Handling was passieren sollte, sondern du musst ins Krankenhaus. Eins, zwei, drei. Da, Blindschleiche. Ach ja, ach ja. Aber Blindschleiche ist ja keine Schlange, richtig? Richtig, richtig. Eine Echse. Auf der Suche nach den besagten Reptilien haben wir unzählige Matten umgelegt und sind ganz leise durch den Wald gelatscht, um die Tiere nicht zu verschrecken. Übrigens, wir stören diese Schlangen heute aus Dokumentationszwecken. Timo macht regelmäßig solche Runden, um die Bestände im Auge zu behalten. Also, bitte nicht nachmachen, da die Tiere ansonsten unnötig gestresst werden. Und los. Schlingnatter. Ach was. Ach krass. Koronella austriaca. Heißt deswegen so, weil die so eine Kronenzeichnung am Kopf hat. Wird auch Glatnatter genannt, weil die halt eben keine rauen Schuppen hat im Gegensatz zu Kreuz, oder? Olli Reptilien können sehr, sehr gut hören. Die nehmen halt jetzt, wenn du hier auftrampelst wie ein Irrer, das nehmen die sofort wahr. Dementsprechend sollte man sich generell im Wald ja nicht wie so ein Trampel verhalten, sondern eher ein bisschen ruhig. Dann haben wir auch die Chance, da mehr oder viel zu finden. Das wäre natürlich toll. Dieses Heidekraut. Erika. Kennt man ja vielleicht von den Friedhofsgräbern. Das ist hier die Wildart, die natürliche. Die wird gern genutzt von den Reptilien. Als Versteck, als Häutungshilfe. Also, da sie Feuchtigkeit und Halt bietet, dass man die Haut quasi abstreifen kann. Okay, verstehe. Magst du nochmal sagen, was vom Geräusch her eine Schlange ausmacht in der Bewegung, dass man, wenn man irgendwo was rascheln hört, weiß, ob es eine Schlange ist oder nicht? Ja, also wenn ich jetzt eintönig ein Ziehen quasi, so ein Schhh, da weiß man, okay, ist es eine Schlange oder Blindschleiche. Und wenn jetzt was raschelt, so tapsig, dann kann es eine Eidechse sein. Waldheidechse kommt dir vor, Zaunheidechse oder halt wirklich eine Maus. Das hört man dann am Geräusch. Wie groß ist jetzt dieses Gebiet hier, was du auch mit Versteckmöglichkeiten ausgelegt hast und wo du quasi einmal die Hand drüber hast, sag ich mal? Gut, das ist jetzt dieser Hotspot. Das ist in einem Artenschutzverbund hier. Das ist ein zusammenhängendes Biotop und das ist so ein Drittstein-Biotop. Das heißt, hier können die sich dauerhaft niederlassen, sollen sich reproduzieren, vermehren und Auskommen haben. Und dann, wenn sie stark genug sind, können sie wandern. Über die Vernetzung, das ist ganz wichtig, dass wir quasi diese isolierten Teilpopulationen miteinander verbinden. Über diese Waldinnenraumgestaltung. Da haben wir immer so abschnittsweise, wo wir wirklich immer alles auf den Stock setzen, dann hat man wieder mal einen Bereich mit Meerbewuchs, dass wir diesen verschiedenen Lebensraum quasi anbieten können. Also das sind quasi umgefallene Bäume, die dann einmal genutzt werden, um nochmal zusätzlich Versteckmöglichkeiten zu schaffen. Sonnenplatz in der Quartier. Oben haben wir die Sonne vorne drauf, hinten ist wieder schattig, das können sie sich aussuchen. Was halt unheimlich viel Geld und Ressourcen kostet, ist, wenn jetzt jemand mit einem Greifer kommt, mit einem Kran und hebt das alles weg. Und da lassen wir es einfach kontrolliert auf dem Haufen verrotten. Gerade Totholz erwärmt sich in der Sonne schnell, liegen gerne die Reptilien drauf. Für die Thermoregulation heißt, die brauchen ja die Sonne, die UV-Strahlung, ich sag mal, um auf Betriebstemperatur zu kommen für den Laien. Ist halt ganz wichtig. Und wie ich mich nach Zecken abschließen werde, der steht da im Wald, weißt du, wie ich mein? Achtung, und hoch. Nix. Ah, hier ist die Blindschleiche. Ja. Ah ja. Aber wenn ihr guckt, die können auch hier drunter liegen, wo das Altgras, das ist wahrscheinlich von so Mäusegängen. Ja, Mäusegänge. Wie der Pech. Und Babykreuz und unser Fynn ist noch schwerer. Also wenn wir ein Tier finden, dann sind es auf jeden Fall Waldameisen. Ja, zahlreich. Ja. Was in meinen Augen nicht gerade für die Population spricht, aber wir haben tatsächlich im gesamten Wald keine Kreuzotter gefunden. Somit ging es weiter auf das Privatgrundstück von Timo, welches er zu 100% der Tierwelt gewidmet hat. Also das ist quasi so dein privates Reich, was du für sämtliche Lebensformen zur Verfügung stellst. Also nicht nur Reptilien, Amphibien, ich habe hier den Neuntöter, auch den Raubwürger, also der Vogel, der quasi auf Stachelhecken Insekten aufspießt oder kleine Mäuse. So als Vorratskammer. Sämtliche Schmetterlingsarten, die hier vorkommen, Libellen, Eisvogel war schon da. Dann habe ich überall so kleine Gewässer noch angelegt und so. Ich muss halt leider mit Teichfolie arbeiten, weil ich habe hier sehr sandsteinigen Boden. Das sieht man hier, das habe ich alles mit der Hand gemacht. Ach, wie schön. Der ist halt noch nicht so ökologisch eingespielt mit den Algen. Das kommt aber noch. Du hast jetzt hier viele verschiedene Materialien verbaut. Also ich sehe Holz, ich sehe kleinere Steine, größere Steine, diese Folien. Das ist quasi für jede Tierart nochmal das Ideal. Ich habe hier einen Teich ausgehoben. Den Aushob habe ich hier hin, weil wir haben hier eine Schräglage. Da die Folie drüber, das ist mit Sandsteinen verkleidet. Da gehen zum Beispiel die Eidechsen gern drunter. Ringelnatter siedelt sich hier an und hauptsächlich halt die Amphibien sind im Gewässer. Findest du, dass man sowas in dem Maße, was ja eine überschaubare Fläche jetzt bei dem hier zum Beispiel darstellt, dass man das auch zu Hause machen kann, wenn man jetzt einen Garten hat und vielleicht auch in Waldnähe wohnt? Also das würde schon wirklich etwas Positives bewirken. Die Debatte mit diesen schönen Schottergärten, Anführungsstrichen. Und wenn man halt so einen Naturgarten kann, jeder selber anlegen, klar. Einfach mal ein bisschen Aufwuchs zulassen. Mal den Rasenabschnitt irgendwo hinkippen. Da gehen auch gerne Blindschleien drunter. Nutzen die auch übrigens als Fortpflanzungsstätte. Also gerade Ringelnatter legt die Eier in solchen Komposthaufen ab oder Grasabschnitte. Das kann man gerne mal so entsprechend kompostieren. Man kann Totholz aufsetzen. Man kann auch mal den Rasen nicht jede Woche mähen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ach, krass. Ja, super dünn, der Schlingelnatter. Und da siehst du jetzt, Tobi, auch schön das Muster. Und wenn die sich halt ein bisschen bewegt, das ist halt, dann sagen die Leute, das ist eine Kreuzotter. Also zum Verwechseln ähnlich mit... Verwechseln, genau. Aber absolut harmlos. Leider auch sehr, sehr selten geworden. Und eine wunderschöne Natte. Einen kleinen Snack für zwischendurch. Ganz drauf essen. Weil ansonsten Fuchsbandwurm. Das hier ist quasi dein Wasserreservoir für die gesamte Anlage, dass du alle Tümpel immer schön versorgen kannst. Richtig, ja. Ich habe hier einen Schlauch, den schlese ich an, dass der dann mal wieder voll wird, wenn es sein muss. Oder halt auch für Bäumchen, die ich immer setze. Das ist nix. Nix. Heute ist Lichter. Da war vor kurzem noch was drunter. Genau. So, da war letzt. Irgendwann. Ah, ein Schlauch. Und schnell ist drin. Hier merkst du jetzt auch wieder, dass es hier ein bisschen schattig ist. Jetzt sind sie ein bisschen leh. Länger drunter. Ja, komm, schnell. Irgend hier ist Schlingelatter. Sehr dunkles Tür. Und siehst du auch schön die Krone. Die schwarze. Und da kann der Laie natürlich auch schnell mal sagen, es wäre eine Kreuze. Thema Erderwärmung ist ja, wie ich mitbekommen habe, auch hier ein ganz besonderes Thema. Du hast ja einen externen Wassertank da hinten, der dich hier versorgt, weil der Regen reicht anscheinend nicht aus. Ja, also man merkt schon, die niederschlagsarmen Jahre wirken sich in demzufolge so aus, dass der Laich gar nicht durchkommt. Also die Reproduktion der Amphibien kann gar nicht mehr gelingen. Da haben wir schon die örtliche Feuerwehr immer geholt. Ich habe selbst mit dem Auto Kanister in die Tümpelchen gekippt, in die Wagenspuren, damit die Amphibien durchkommen. Man merkt das massiv. Die letzten ein, zwei Jahre ging es. Diesen Jahr ist schon wieder schlechter. Aber so in 2015, 16, 17, 18 hat man wirklich massive Dürrejahre. Und das schlägt sich auf die Population nieder. Du hältst ja die Tiere nicht, sondern du gibst den Tieren einfach eine Möglichkeit, hier bei dir einzuziehen. An den Ebenen. Viele davon sind ja auch geschützt oder stehen auf speziellen Schutzlisten. Was ist dein Gefühl? Wird hier in Deutschland genügend zum Schutz dieser Tiere getan? Es kann nie genug sein. Es müsste noch mehr gemacht werden. Aber wir sind jetzt schon in Positionen oder insoweit irgendwo angekommen, wo man sagt, es wird sich schon bemüht. Natürlich, das Ehrenamt an sich leistet den größten Teil. So wie ich auch ehrenamtlich hauptsächlich fungiere draußen. Insgesamt müssen wir mehr anpacken. Das ist das Motto. Nicht mehr suchen, sondern Spaten in die Hand. Motor sehe ich. Und halt sowas dann erschaffen. Sagst du, okay, Tierhaltung und Tierschutz sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe? Nee, ganz im Gegenteil. Weil das Fachwissen hat man ja durch die private Tierhaltung, also Terroristik. Die Begeisterung kommt daher. Man hat die Sachkenntnis der Tiere. Und es gibt viele Terrarianer, die bekannte Artenschützer sind. Und man kennt es ja auch durch Gefangenenhaltung quasi. Also private Zucht ist ja auch viel wieder gerettet worden, was draußen nicht mehr da ist. Also es greift ineinander. Das ist wichtig. Es gehört zusammen. Genau das ist ein spannendes und wichtiges Thema, wie ich finde. Denn auf dem Kanal hier beschäftigen wir uns ja immer wieder mit der artgerechten Haltung von Reptilien. Umso interessanter, was Oliver über das Thema heimische Tiere im Terrarium denkt. Weil was wir auch aus den Videos mit dir ja kennen, sind ja eher nicht einheimische Reptilien, die man sozusagen hält. Also wir haben die, ja, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten mit diesen heimischen Tieren. Ich finde sie selber faszinierend, mega geil, mega spannend. Wir haben das Klimaproblem einfach. Wer kann zu Hause im Wohnzimmer diese Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitsschwankungen nachahmen, ohne dass es halt auch schimmelt, ohne dass es dann zu heiß oder wie auch immer. Man braucht eine gewisse Kältephase. All das brauchen ja unsere einheimischen Reptilien hier. Und das schwer in der Wohnung nachzuahmen, sehr, sehr schwer. Wenn ich ein größeres Haus habe, wenn ich einen Garten habe, wenn ich einen Kellerraum habe, wenn ich da ausweichen kann, dass ich unterschiedliche Temperaturen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind bei der Haltung, vor allem auf längere Frist gesehen. Klar, ich kann eine Zauneidechse zu Hause halten, aber ob die dann Jahre da lebt, bezweifle ich im Wohnzimmer. Das geht vielleicht mal ein Jahr gut und dann wird sie verkümmern, weil sie braucht einfach die Winterruhe, sie braucht dieses unterschiedliche Klima, sie braucht auch unterschiedliche Futterarten. Aber gut, das ist natürlich bei exotischen Tieren genauso wichtig. Aber das ist alles ja nicht so einfach, das zu Hause im Wohnzimmer nachzuahmen. Ja, weder im Wald noch auf dem Grundstück hatten wir das Glück, eine Kreuzotter anzutreffen. Aber wir sind jetzt beim Timo zu Hause. Der hat eine spezielle Genehmigung, denn er darf Giftschlangen wirklich auch nur der Art Kreuzotter zu Hause halten und wird uns jetzt einige Tiere zeigen. Ich bin sehr gespannt, es ist ja nicht meine erste Giftschlangen-Erfahrung. It's the biggest venomous lake in the world. Aber von heimischen Arten ist das dann doch schon mal was anderes und Spezielleres. Warum hat der Timo diese Genehmigung? Timo darf in Obhut genommene Tiere, zum Beispiel durch Verkehrsunfälle oder durch Naturkatastrophen oder durch Funde irgendwo im Garten oder in Kellerräumen. Diese Tiere darf er an sich nehmen und die müssen ja auch irgendwo hin. Und genau da schauen wir jetzt mal rein. Also wir sind jetzt hier hinter deinem Haus. Ja, ich habe hier ein Außengehege gebaut. Das ist einmal, da habe ich ganz schön was an Aushub raus. Da ist eine Regentonne, so die Größe, als Winterquartier eingebaut. Unten mit Löcher. Ich habe dann Steine, Tonreihen, Holz. Das ist dann abgedeckt. Also die bleiben das ganze Jahr draußen, über Winter noch dort. Ah, okay. Ja, dann halt mit Glasscheiben verkleidet. Das ist ein Aluminiumaufbau. Bäume reingesetzt, Steine rein. Vor allem ist ganz wichtig für die Belüftung dieses Gaze, dieses Gitter. Und nochmal mit Lochblech. Weil da ist die Belüftung, das A und O. Jetzt haben wir da quasi ein Gewächshaus und die fühlen sich überhaupt nicht wohl. Also dieses Temperaturgefälle, keine Stickluft, auch keine Zugluft. Und das muss halt auch passen, wenn du hier siehst. Keine direkte, permanente Sonneneinstrahlung. Deswegen ist dieser Busch daneben. Den tue ich einmal im Frühjahr dann mit erkürzen. Jetzt ist es ja so, dass das Terrarium vom Platz her wesentlich weniger bietet, als zum Beispiel das große Grundstück, wo wir gerade waren. Wie siehst du das? Hat ein solches Tier einen so enormen Bewegungsdrang, dass das Terrarium hier eigentlich nicht ausreicht? Oder gerade Reptilien sind ja eher inaktiver. Ist das artgerecht? Ja, natürlich ist es artgerecht. Man kennt es ja aus der Terroristik. Sonst könnte man ja gar keine Arten halten, wenn die Basis stimmt, die Ansprüche gewährleistet sind, die Parameter passen. Natürliches Futter auch kommt. Ich tue ab und zu auch mal mit der Gießkanne gießen. Die Grundfeuchte ist sehr, sehr wichtig. Dann kann man die sehr wohl halten. Und wenn man es jetzt als Terrarium darstellt, ja schon nicht klein. Also das funktioniert bestens. Wie ernährt sich so ein Tier? Also eine Giftschlange nutzt natürlich das Gift auch bei der Jagd. Wie kann man sich das denn etwa vorstellen? Ja, also da kommen wir auf die Bezahnung. Ich bin jetzt noch sehr ins Detail gehen. Das sind ja aufklappbare Röhrenzähne. Da wird das Gift injiziert. Das ist wie eine Spritzenkanüle. Das ist ein Hämotoxin. Geht auf die Blutgerinnung. So, und das Hämotoxin zerstört die Blutkörperchen. Die kriegen dann einen Herzanfall. Kreislaufersagen. Die Atmung setzt aus. Anhand der Duftspur verfolgen sie das gebissene Tier. Oder Maus in dem Fall. Und fressen sie mit dem Kopf voran auf. Und das Gift dient auch der Vorverdauung. Das sind Enzyme, Eiweißmoleküle, wo das Beutetier schon zersetzt. Es hat mehrere Faktoren. Also das Gift ist quasi wichtig. Damit gehen sie auch sehr sparsam um. Sie können nicht so viel produzieren. Und deswegen ist es auch nicht so gefährlich. Im Vergleich jetzt hochgefasst eine Klapperschlange. Weil es eben die Giftmenge nicht hat. Gesetze fallen draußen gebissen. So werden es fast wie ein Lottogewinnen. Wenn man ihn nicht nachstellt, so nicht irgendwie fängt. Oder drauf tritt, passiert eigentlich nichts. Da liegen es jetzt so, ne? Und draußen sucht sich das bei den Wolf. Guck mal, wie wir aussehen. Wie so eine Boyband. Ich hoffe, ihr konntet was aus dem Video mitnehmen. Vielen, vielen Dank fürs dranbleiben. Vielen Dank an Oliver für mich mitnehmen. Denn sonst wäre der Kontakt zu Timo natürlich auch nicht zustande gekommen. Timo, vielen, vielen Dank für die Tour. Als Schlusswort, was könnte man den Leuten noch mitgeben, um quasi einmal dieses Video nochmal Revue passieren zu lassen. Das soll ja euch auch immer zum Nachdenken anregen. Denn ich möchte gerne mehr Inhalte aus diesem Bereich bringen. Aus unserer heimischen Natur, die direkt vor der Haustür ist. Denn ich denke, ein Großteil der Leute, die hier zugeschaut haben, die wussten auch nicht, was hier so kreucht und fleucht in den heimischen Wäldern. Das wären deine letzte Worte einmal. Kurz und knapp. Es lohnt sich was zu tun. Auf alle Fälle. Da sind wir d'accord. Also, Kanal abonnieren, Video liken und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank für den Support und bis dann.